Eine deutsche Stadt in Brasilien? Es mag überraschend klingen, aber es gibt tatsächlich bis heute eine deutsche Stadt in Brasilien. Sie heißt Blumenau und befindet sich im Bundesstaat Santa Catarina im Süden Brasiliens. Die Stadt hat über 300.000 Einwohner, ist bekannt für die urigen Fachwerkshäuser, die Gartenzwerge und das zweitgrößte Oktoberfest der Welt. Doch wie entstand diese deutsche Stadt am anderen Ende der Welt? Welche Traditionen pflegen die Einwohner dort? Und warum ist die Stadt bis heute so deutsch geprägt? All diese Fragen schauen wir uns im heutigen Video an. Viel Spaß! Die Gründung der Stadt geht auf den deutschen Unternehmer Dr. Hermann Bruno Otto Blumenau zurück, der in Brasilien eine neue Heimat für sich und andere deutsche Auswanderer suchte. So reiste er im Jahr 1850 mit einer kleinen Gruppe von 16 anderen Auswanderern bis an die Ostküste Südamerikas. Er hatte dabei einen klaren Plan gefasst. Er wollte eine Kolonie im unbewohnten Dschungel Brasiliens gründen. Das Land dafür hatte er bereits von der brasilianischen Regierung erworben und in Deutschland ein paar Auswanderer gefunden, die sich von der verrückten Idee überzeugen ließen. Das Stück Land galt dabei als sehr gut geeignet für die Landwirtschaft und so begannen die Siedler mit der Errichtung von Häusern, Ställen und Feldern. Doch das geplante Unterfangen stellte sich als kein leichtes heraus. Unterstützer und Zerstörer zugleich war der große Fluss Itachai, der zwar angenehme Böden schuf, allerdings oft in kurzer Zeit zu dramatischen Hochwassern führte. Eines dieser stärksten Hochwasser trat bereits im Jahr 1852 ein, wodurch nur zwei Jahre nach Errichtung der ersten Infrastruktur alles wieder zerstört wurde. Doch die Auswanderer waren hartnäckig, sie gewöhnten sich allmählich an die Hochwasser und lernten im Einklang mit dem Fluss zu leben. Auch wenn er in den nächsten Jahrzehnten immer wieder zu Hochwasserkatastrophen führte, waren die Deutschen nicht von ihrem Ziel abzubringen. So wuchs die Stadt weit über die Ufer hinaus, sie florierte immer weiter über die Zeit und zog so immer mehr Auswanderer auf der Suche nach einem neuen Leben an. Und da diese Auswanderer hauptsächlich Deutsche waren, wurde die deutsche Kultur und Sprache mitten im brasilianischen Urwald auch weiterhin gepflegt. Bis zum Zweiten Weltkrieg war Deutsch auch Amtssprache, erst danach wurde es im Zuge einer Nationalisierungskampagne der Regierung durch das Portugiesische abgelöst. Trotzdem haben auch heute noch ca. die Hälfte der Einwohner deutsche Wurzeln und viele können neben Portugiesisch auch weiterhin Deutsch. In vielen Teilen sprechen die Menschen dabei auch ein spezielles Deutsch mit starken portugiesischen Einflüssen. Die Stadt wurde später dann auch nach ihrem Gründer benannt und bis heute sehen wir ihn auch auf der offiziellen Flagge Blumenauß. Heutzutage ist die Stadt dabei vor allem bekannt für die deutsche Architektur mit prächtigen Straßen und Gebäuden im Fachwerkstil. Am bekanntesten ist aber wohl das Oktoberfest, das dort tatsächlich auch vollständig im Oktober stattfindet und 18 Tage lang geht. Es ist eine Hommage an das berühmte München Oktoberfest und zieht jährlich hunderttausende von Besuchern aus ganz Brasilien und der ganzen Welt an. So ist es mittlerweile sogar aufgestiegen zum größten Oktoberfest außerhalb Deutschlands. Und es kommt dem Original in sehr vielen Bereichen schon sehr nahe. Es gibt traditionelle Bierzelte, dieselben Lieder werden gespielt, die Menschen tragen Tracht und typische deutsche Speisen und Getränke werden verzehrt. Das Volksfest wurde dabei von den Brasilianern sehr gut angenommen und es verzeichnet mittlerweile über 800.000 jährliche Besucher. Somit ist es neben dem Karneval in Rio das zweitwichtigste Volksfest in ganz Brasilien. Auch sonst ist die Stadt in Brasilien sehr bekannt, vor allem als Bierstadt. Es gibt zahlreiche Brauereien, verschiedenste Biergärten und sogar ein eigenes Biermuseum. Blumenau ist aber nicht nur für seine deutsche Kultur bekannt, sondern auch als wichtiger Wirtschaftsstandort. Die Stadt ist ein Zentrum für die Textilindustrie und hat sich in den letzten Jahren auch im Bereich der Hightech-Industrie etabliert. Zudem hat auch der Tourismus in den letzten Jahren stetig zugenommen. Viele Brasilianer wurden dabei angezogen von der für sie sehr ungewöhnlichen deutschen Kultur und so konnte sich die Stadt bis heute halten. Es wurden sogar im Nachhinein noch viele Fachwerkshäuser und andere Gebäude mit deutscher Architektur errichtet, um die Besonderheit der Stadt weiter aufrecht zu erhalten. Insgesamt ist Blumenau auf jeden Fall eine sehr einzigartige Stadt, die sich ihre deutschen Wurzeln bis heute bewahrt hat, aber auch sehr modern und fortschrittlich ist. Sie ist ein wichtiger Teil der brasilianischen Kultur und ein interessantes Reiseziel für alle, die mehr über die deutsche Einwanderung in Brasilien erfahren möchten. Kanntet ihr diese außergewöhnliche Stadt? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Deutschland hatte ja auch weitere Überseegebiete, zum Beispiel im Südpazifik. Auch darüber habe ich schon ein eigenes Video gemacht. Ich verlinke es euch direkt hier. Viel Spaß beim Anschauen und ich sage Tschau.